hallo und herzlich willkommen bei reddog campbell ich bin heute wieder auf die jack nach dem ticket und heute spiel left to survivor des zombie survivors pvp schott ich habe es mir gerade schon heruntergeladen und angewählt habe mir gedacht dass er vielleicht mein item stand wieder findet aber einen hat er nicht gefunden so ein mist der wollte gleich anfangen dass ich das spiel spiel habe sofort abgebrochen und ja da sind wir die story die geschichte über computer war das ziemlich schwer zu spielen das spiel das ist Das war's. Also es war sehr schwer, weil jetzt muss ich zielen und hier muss ich dann schießen und die linke Maustaste geht dafür nicht, deswegen ist es richtig fies. Das war's. Was steht hier drauf. Kopftreffer. Juppie. Ich müsste hier ein Makro reinmachen. Aber es geht jetzt leider noch nicht. Ach doch, jetzt geht's. Oh. Oh. Ah. Ich suche mal nach Makro, wie ging das? Risa, ich habe es schon nie gemacht mit Makro. Maussperre in Sperren. Nein, brauchen wir nicht. Steuerung und die Donne, das brauchen wir. F1 bei Overspace. Enter, Space. Speichern. Okay, open my mouse. A bit of space, dann. Es ist meine Mosen. Noch mal. So, jetzt. Zielen, bewegen und schießen zu. Wie schön zu. Kippen. Da ist ja doch der hier. Oder warte mal, können wir den ändern? In Space. Speichern. Rechtsklick, lass mal R. 1, 2. Jetzt das schauen wir mal. Oh, schon viel besser. Jetzt ist es doch leichter das Spiel. Jetzt macht es auch mehr Spaß. Oh, 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 oh. Nach danach, nach danach. Rute Q. Nice, nice. Und sie erfüllt. Ja. Schön mit Zombies. Mhm. Ja, okay. Ja. Okay. Was schon tot? Was? Nochmal. Nee, nicht nochmal. Hm, schade. Ich bin runter. Ich bin runter. Ich glaube, ich hätte auch eine Granate werfen können. Wäre, glaube ich, leichter gewesen. Naja, was soll's. Okay. 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 So, das war mal eine Live-Trone. Ach, Premium-Kauf, nein, brauchen wir nicht. Wofür Premium? Hm. Hm. Hm, 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 hm. Ich schreib mal Deutsch rein. Deutsch. Deutsch. Ein Deutsch. Die. Spaniel. Oder German. Auch nicht. Oder German, ja. Ach, der ist schon voll. Scheiße. Hm, hm. Elite-Crew. Okay, müssen wir einfach hier drinnen. Ah, ich drück heute irgendwie nur. Abbrechen. Okay. Was sollen wir denn da abbauen? Wird gemacht. Oh, okay. Ah, wait. Schuss. Ah, Kami-Yoko. Das habe ich gerade schon gemacht. Ach komm. Ich mache hier wieder einen Cut rein. Schön. Okay. Das waren jetzt alle Videos. Die Seelüste. Den sollte. Und. Jetzt wieder eine Quester holen. Oh. Schön. Oh. Wir müssen noch einmal. Bis jetzt. Einmal. 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 Einfach die anschauen. Ja. Wie oft müsste man das Video noch anschauen? Hm. Keine Ahnung. Gut. Ich werde auf jeden Fall das für heute beenden. Oder? Kann ich hier noch was machen? Nein. Vielleicht kommt es ja morgen wieder. Und dann wollen wir ein bisschen mehr spielen. Ich muss jetzt erstmal das Video bearbeiten. Zu viel Werbung. Also dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Video dabei seid. Bis dann. Ich wünsche euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao. 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 Ciao.